Der letzte große Werktag der Woche. Ich weiß, andere Leute müssen am Samstag auch arbeiten, aber ich bin ja kein Verkäufer, sondern ein Büroarbeiter. Da geht sowas. 27. März, die Kernprobe geht voran, weiter mit der Nerdquiz-Frage des Tages, die sich hier abgebildet findet. In welcher Anime- und Spiele-Serie kommt das Monster Agumon vor? Ja, was weiß ich. Pokémon, Digimon. Kann ich jetzt nur raten. Ich sage jetzt einfach mal Pokémon, weil das so naheliegend wäre. Und es war natürlich Digimon. Sehr gut. Also gut, dann halt wieder eine Minusliste, wenn jemand Stichlisten führen sollte. Hier, das kommt jetzt auf die Wurste-Nicht-Seite. Tja.